Geh mal jetzt hier hin. Was wär? Soll ich jetzt gegen den kämpfen? Ich dachte, ich muss jetzt mit den Quatschen gehen. Okay. Seltsam hier. Doch, das kann ich. Das kann ich schon. Ich bin alt genug, um dich zu besiegen. Vielleicht können wir hier eine schöne Fähigkeit machen. Dann geht das schneller. So. Halt still. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du runter von den Ferkel hier. Gut, gut, Bursti. Alles in Ordnung. Ich bin jetzt da. Und ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Haben wir jetzt ein neues Reit hier? Ist ja geil. Eine tierische Bürde. Haben wir jetzt? Das ist ja cool hier, oder? Oink, oink, oink. Oh Gott.